Es gefällt mir nicht, dass Herr Höcke mittlerweile Schlagzeilen über Thüringen produziert und es gefällt mir nicht, was er ruft und wie er es ruft, weil es ist SA-Sprache der Endzwanzigerjahre. Deswegen kann man auch sagen, was es ist. Es ist eben die original SA-Sprache, mit der da umgegangen wird. Aber auch diese Leute haben das Recht, demonstrieren zu können, wenn sie die Regeln einhalten. Und wir müssen uns als Mehrheitsgesellschaft damit auseinandersetzen. Deswegen zwingt uns Herr Höcke, über uns nochmal nachzudenken. Deswegen sage ich mal, sollten wir reden über ein Zuwanderungsrecht. Wir sollten reden über modernes Staatsbürgerrecht. Jeder Mensch, der hier geboren ist, sollte auch deutscher Staatsbürger werden. In Amerika ist das das Normalste der Welt. Und hier tun wir so, als wenn wir in der zehnten Generation eine Abstammung nachweisen müssen. Ich finde, dass die Herkunft entscheidend ist, nämlich der Ort und nicht die Herkunft des Blutes. Und ich denke, wir können stolz sein auf das, was unser Staat ausmacht, nämlich demokratischer Rechtsstaat, mit all seinen Mängeln, mit all seinen Fehlern. Aber lieber mit diesen Fehlern umgehen, aber damit mich auseinandersetzen zu können, solange ich auf die Straße gehen kann und demonstrieren kann, ist dieses ein freies Land. Und dann müssen auch die auf die Straße gehen können, die mir gar nicht gefallen. Dann muss ich Herrn Höcke leider aushalten. Es gefällt mir nicht, dass Herr Höcke mittlerweile Schlagzeilen über Thüringen produziert. Und es gefällt mir nicht, was er ruft und wie er es ruft. Weil es ist SA-Sprache der Endzwanzigerjahre. Deswegen kann man auch sagen, was es ist. Es ist eben die Original-SA-Sprache, mit der da umgegangen wird. Aber auch diese Leute haben das Recht, demonstrieren zu können, wenn sie die Regeln einhalten. Und wir müssen uns als Mehrheitsgesellschaft damit auseinandersetzen. Deswegen zwingt uns Herr Höcke, über uns nochmal nachzudenken. Ich bin da weniger am Auseinandersetzen mit Herrn Höcke. Sondern ich bin mehr damit beschäftigt, mich mit uns auseinanderzusetzen. Was bedeutet das für uns, dass wir wollen, dass wir friedlich zusammenleben? Dass wir sagen, auch die Muslime gehören zu Thüringen. Wir haben immerhin 9000. Ich kann mich nicht freuen über Sätze wie Muslime gehören nicht nach Deutschland. Sie sind doch da. Ja, die Türken haben es mitgebracht und dann viele Iraner und viele, die aus politischen Gründen in ihren Heimaten geflohen sind, aber mittlerweile ihr Leben. Und wenn ich mir überlege, wie viele persischstämmige Familien wir haben, also vor dem Iran, vor der Revolution des Ayatollahs. Diese persischstämmigen, ganz viele davon sind Ärztefamilien. Ohne die hätten wir bestimmte Formen von Heilkund oder medizinischer Versorgung gar nicht gehabt. Und über all diese Dinge sollten wir einfach so reden, dass wir sagen, die Vielfalt ist unsere Kraft. Und deswegen kann ich mit dem Begriff Multikulti nichts anfangen. Weil das setzt voraus, als wenn es irgendeinen Einheitsbrei gegeben hat. Ich will die Vielfalt. Und die Vielfalt heißt die Unterschiedlichkeit. Und unterschiedlich kann ich auch sein, wenn ich Südthüringer bin und Fränkisch spreche, dann habe ich manchmal schon als Ministerpräsident das Problem, die Sprache verstehen zu können. Da wünsche ich mir dann manchmal deutsche Untertitel.